Die Qualifikation von Kamil war eine große Überraschung für den Polen. Was war genau falsch? Was ist passiert? Wo war es genau zu groß? Welche Part? Der Anzug war im Bereich der Hüfte, der Teile über dem Erlaubten. War es eine sehr schwierige Entscheidung? War es besonders schwierig in der Team-Kompetition? Eigentlich nein. Kamil selbst hat mir gesagt, dass er in der Früh den Anzug kontrolliert hat und er hatte ein anderes Körpermaß als jetzt beim Wettkampf. Und entscheidend ist für uns, was der Athlet beim Wettkampf für Körpermaße hat. War es die gleiche Anzüge wie vorhin in der individuellen Wettkampf? Das weiß ich nicht. Er hat mehrere Anzüge, die auch gleiche Farben haben. Also ich kann das nicht bejahen oder nicht beneiden. Ist es möglich, dass er es für morgen verringert hat? Ja, auf alle Fälle. Er weiß das und er wird das sicher für morgen in Ordnung bringen. Vielen Dank. Bitte schön, danke.